Oh! Vorsichtig kiemen der Gegriff. Es ist ja kalt, das ist das Gute. Man kann sich echt Zeit nehmen. Jetzt, weil es sehr kalt ist. Guckt euch das mal an. Guck mal hier. Na komm. Mach auf, er gibt mir den Köder nicht. Ich muss mit der Zange den ködern. Ich hab ihn. Da weg. Guckt euch mal diesen Fisch hier an. Leute, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist Wahnsinn.